Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Sims 4. Mein Name ist Pet ID und ich stehe auf Speck. Ich weiß nicht warum ich das jetzt loswerden wollte, aber es ist so. Ich wollte es einfach loswerden, damit da ein für alle Mal Klarheit herrscht. Gut, mein Sim ist inzwischen wieder schlafen gegangen, obwohl die Bella vor der Türe steht. Alter, es ist halb eins in der Früh. Ja, Bella Grusel, das stimmt schon, das passt zu den Namen. Langsam grusel ich mich vor dir. Auch wenn du... Ich habe noch immer ein bisschen Probleme mit der Maussteuerung. Auch wenn du eigentlich, so dumm es klingt, eine echt fesche Katze bist. Dann wären wir immer wieder beim Begriff Katze. Irrelevant. Ich werde jetzt mal vorspulen, weil ich möchte natürlich nicht, dass die Nacht da komplett langsam vergeht. Ich bin auch gespannt, wann die alte wieder geht. Ah, weg ist sie. Sehr gut. Wie schaut es denn aus mit der Arbeit? Wir müssen in drei Tagen erst arbeiten gehen. Das heißt, es ist schon wieder Wochenende. Hoch die Hände, Wochenende. Yay. So, Kumpel. Es wird Zeit zum Aufstehen. Genau. Hey, 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 hey. Komm mal ein bisschen runter. Ja, dann geh mal fernschauen. Damit habe ich kein Problem. Weiter könntest du mal sagen, du räumst das bitte weg. Dann kannst du fernschauen. Und zwar den Comedy-Kanal. Damit der Spaß wieder nach oben geht da. Ach, da liegt auch noch ein Buch. Alter Schwede. Das schaut so aus mit Katzenfutter. Das schaut noch ganz gut aus. Das will auch Handy spielen oder was? Im Internet surfen, okay. Na, inzwischen geht es ja wieder bergauf langsam, aber doch. Ja, ich würde mal sagen, ich würde mal sagen, er soll dann mal was essen, sobald er richtig Hunger hat. Das heißt, wir werden da jetzt mal dezent vorspulen. Schauen vielleicht ein bisschen weiter raus. Damit wir auch sehen, sollte jemand anklopfen. Von euch. Pause ist... Oh, okay. Probieren wir kurz. Nein, ist null. Nein. Warum geht denn das nicht? Ah, es ist null, aber nicht am Numlock. Also, nicht am Tastenfeld. Oder doch, man muss nur Numlock einschalten. Gut. Ich denke mal, er wird dann gleich selbst auf die Toilette gehen. Ich wollte mal schauen, ob ich nicht vielleicht irgendwann auch angeln gehen soll. Dafür muss ich mal wahrscheinlich eine Angel kaufen. Und was Geld angeht, ist ja momentan wirklich nicht sehr rosig. Deswegen hätte ich fast gesagt, wir werden das unter Umständen erst einmal verschieben. Denn mein Hauptziel ist es ja noch immer, endlich einen Computer zu kaufen. Und sobald das erledigt ist, dann können wir auf jeden Fall einmal auch an andere Aktivitäten denken, wie Angeln, Sporteln oder irgendetwas dergleichen. Okay, dadurch, dass er jetzt Hunger hat, hätte ich gesagt, lass mir mal was kochen. Und zwar Gemüseteigtaschen. Ja, warum nicht? Katzenfutter ist in Ordnung. Wo ist eigentlich meine Katze schon wieder? Das ist schon wieder irgendwo. Hm. Wie ist die Qualität? Ausgezeichnet natürlich. Das freut uns sehr. Ich überlege mir, was wir sonst noch machen könnten. Ah, da klopft es an der Türe. Was ist denn das? Genau. Mit dem Essen in der Hand. Türe öffnen. Was gibt es Besseres? Ja, Kamera. Okay. Alter, stell das nicht daher, ja, sondern Makaroni mit Käse essen. Genau. Denn du bist hungrig, soweit ich sehe. Und du solltest ja auch gleich fertig sein. Also ist das auch nicht so tragisch. Wer bist denn du überhaupt? Du bist der Mike. Mike Braun. Zufall, dass du eine braune Jacke trägst. Kannst du dann auf jeden Fall nachher sagen. Freut mich vorstellen. Und danach das Ganze aufräumen. Halaba. Ah, okay. So kann man auch die Kamera immer auspositionieren. Schirrgiblu. Lupesiba. Arpenaya. Ufra. Wissoum. Ah, wenkau Mifla. Bekenoishuna. Suwada Habimi. Benafi. Hoho. Sikafus. Ashi. Hikauna. Lingo. Sowoda. Kanifoi. Huhu Yibs. Kwinar. Kwinara. So, meine Katze ist da. Das heißt, wir können natürlich jetzt mal verrückt anfunkeln. Ah, das ist sicher nichts. Haben wir da nicht mehr Auswahl? So, jetzt zeigen wir da unsere coole Katze. Und dann sagt er seinen... Oh, warum ruckelt denn das jetzt so grasslich? Oh, Mifbinkoya, Sarabixu, ha? Und Frabi Sebrum. Furnoi? Fransbyshochi. Okay. Ja. Ganz cool. Jetzt können wir aber ruhig wieder sagen, dass du gehst. Denn es ist... Samstag. Und wir haben noch einiges vor. Schatz, mit so einem Ziel haben wir noch ihn erreicht. Das passt eh. Wir können uns ja einmal wirklich... Ein paar Leuten vorstellen und kennenlernen. Aha. 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 Kamera. Mit der muss ich mich noch anbefreunden, aber sonst geht es ja ganz gut. Manche Leute sind einfach so unverschämt und gehen zwischen einen durch. Die ist sogar gleich komplett angepissen. Dass die materialisch ist, hätte ich mir fast nicht gedacht. Die Bella will vorbeikommen, dann kann man natürlich sagen sie soll vorbeikommen. Die Nancy haben wir jetzt kennengelernt. Oh mein Gott. Deine Katze? Deine Bella? Warum ist sie denn beschämt? Was ist denn was mit dir? Was geht ab Katze? Ja. Ja. Was ist mit mir? Oh. 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 Gut, danach können wir auf jeden Fall mal sagen, dass er Bücher aufräumen soll. Meine Katze ist schon wieder kaputt. So, können wir eigentlich zur Simstagram Story hinzufügen? Oh mein Gott, da wird die Katze schon wieder durch die Mauer durchgezogen. Die Katze ist ein، was wir im Nachhinein. Oh,料ig. Okay, hm. Ich habe zwölf Follower dazu bekommen, aber insgesamt 24 Follower. Oh, sie denkt an mich, oder was? Bist du nicht verheiratet oder so kann das sein? Bovau Soapie, Piffa Zuzu, Neep, Lunis, Gelsee, Nepa, Purple, Turibinar, Purple, Fepete Pelka, Kumeyaobu Sharp's Potions, Jilurba Kitsuni, Zimzei Kohavans, Panaroo, Jasop, Anscheinend ist sie hungrig, dann beim Abendessen servieren, da gibt es Grillkäse, weil sie hat vorhin irgendwie so ein Grillkäse herzeigt. Warum nicht? Ja, der lacht dann etwas so ehrlich wie ich. Bin gespannt, was die dann noch machen werden. Denn, wie gesagt, soweit wir wissen, ist Die Bella, verheiratet, romantisch, gut, familienbewusst, Geheimagentin, oh mein Gott. Was wissen wir denn über die Nancy? Summen wir mal ein bisschen weg, dass wir die nicht zu laut hören. Was wissen wir denn über die Nancy? Ebenfalls verheiratet, materialistisch. Haha, was für ein Wunder. Über Mike wissen wir noch gar nichts. Über die Veronika wissen wir einiges, dass sie eben ein Vielfraß ist. Einzelgängerin und Katzenfreund. Was haben wir da noch? Ah, der Geoffrey. Das ist der Ehemann von der Nancy, der muss viel Kohle haben. Und von der Saskia wissen wir, dass sie eine Kotin ist. Und ein Hundefreund. Also auch nicht unbedingt das wahre. Was passt denn jetzt schon wieder nicht? Komm. Hygiene. Da drüben ist glaube ich die Veronika, wenn ich mich nicht irre. Tatsache. Okay, sie ist gegangen. Dann können wir uns endlich duschen gehen. Wir sagen dann Bücher aufräumen. Duschen. Und ja, Samstagabend. Gibt es da eigentlich auch die Möglichkeit, dass wir uns sagen, er soll einmal ein bisschen rausgehen. Ins Kino gehen oder irgendwelchen Aktivitäten nachgehen. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Schauen wir mal. Aktionen. Eine Runde bilden. Das sagt mir gar nichts. Joggen gehen. Outfits. Energiesaft trinken. Naja. Ist ja jetzt nicht unbedingt das, was ich mir vorgestellt habe. Singen muss er nicht unbedingt. Was macht er denn, wenn er es weglegt? Wann er die dann in den Kühlschrank rein? Das wäre natürlich super cool. Aber ich glaube, dafür müsste ich es eher ins Inventar legen, damit er es aufhebt für später. Wer ist denn das? Die Liberty Lee. Wie nett sie ist, dass sie gleich da vor der Tür wartet. Und uns lezent den Rücken beißt. Oh ja. Oh. Oh. Ah. Haha. Yanabi. Shuna. Ah. Jigla O'Drip. Oh ja. Notza. Sikafus. Winifaz. Scepter. Pomina Flaino. Haha. Meska. Mimlet Sabresia. No Quimbo. Ah. So geht das auch, okay. Sehr interessant. So. Mehr Bisten drin. Die Liberty. Eine bekannte. Aber wir wissen noch nicht sehr viel über sie. Komisch, dass sie hier lange hat und hier kurz hat. Tollpatschig. Natürlich. Was denn sonst? Okay. Wie geht's? Ihren tollpatschigen Weg weiter. Alter, jetzt liegen da schon unzählige Bücher. Was liest du da jetzt? Unbändiger Verrat im Herzen. Oh mein Gott. Jetzt setzt er sich hin und steht wieder auf, oder? Ja, natürlich. Alter. Deine Logik verstehe ich auch nicht immer. Aber das macht nichts. Ich sehe nämlich gerade, die arme Katze braucht was zum Essen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall die Schüssel leeren, das aufwischen und danach die Schüssel wieder füllen. Dann machen wir das nachher. Na, das brauchen wir gar nicht zuerst machen. Das heißt, wenn wir nur nicht das hier machen. Schüssel wieder füllen, ganz genau. Dann werden wir dich die Bücher endlich alle wegrammen lassen. Oh, das wollten wir auch noch wegrammen. Ja, er räumt es wirklich in den Kühlschrank. Wie cool ist denn das? Das heißt, theoretisch könnt ihr dann immer hier gehen und sagen, ähm, schnappt ihr. So sehe ich das Inventar von meinem Haus. Okay, was ist das? Fotografie von Petit. Ah, ja, das ist das Fossil, was wir ausgraben haben. Und jetzt heißt es mal wieder schlafen gehen. Ja, dann werde ich mich dementsprechend auch gleich wieder von euch verabschieden. Denn so langweilig, wie es jetzt gerade war, möchte ich es natürlich am Sonntag nicht angehen lassen. Aber, ja, so sehen meine Wochenende aus. Ich werde besucht von Frauen, die in Beziehungen sind und beschäftige mich viel mit meiner Katze. Dementsprechend, ja, wie immer sage ich danke fürs Zuschauen und, ja, wir sehen sich das nächste Mal. Bis denn. Ciao.